Wir sollten nach Minasithil zurück. Der Kampf wird nicht nur an der Front entschieden. So, dann spritten wir hier mal durch. Ey, mach Platz. Wir müssen da hoch. So. So, wir haben hier schon gut aufgeräumt. Man merkt, da sind gleich weniger Orks da. Dreckige Orks, wie Gollum sagen würde. So, und zwar... Da hinten. 200 Fuß. So, und da sind wir schon da. Oh, hier sind ja ganz schön viele hier. Starten. Wir ignorieren die. Niemandsland. Der Angriff der Ork-Armee kommt von... Zirith Ungol. Äh, schließt sich Baranor an und trage den Kampf nach Mordor. Das machen wir, Leute. Attacke, Schweinebacke. Baranor. Dir sind doch nicht etwa die Orks in der Stadt ausgegangen? Ein paar sind noch übrig. Aber wir jagen einen bestimmten. Den letzten Leibwächter des Häuptlings, der die Belagerung anführt. Häuptlinge. Häuptlinge. Häuptlinge sind überaus mächtige Orks, die oft von Hauptmännern beschützt werden. In Erfahrung zu bringen, wer den Häuptling beschützt, um diesen Beschützer zuerst zu Fall zu bringen, erleichtert den Sieg über den Häuptling um ein Vielfaches. Okay. Ähm. Das Armeemenü zeigt dir, welche Hauptmänner... Okay. Ah, ich weiß genau, was die meinen. Ähm. Da steht diese Option. Achso, gedrückt halten. Haha. Ah, deswegen die Linien. Ich hab mich schon gewundert, ob wir die Linien sind. Die Häuptlinge in diesem Gebiet sind die Anführer der Ork-Armee. Indem du Häuptlinge auswählst, kannst du die Leibwächter... Ah, okay. Spür die Leibwächter eines Häuptlings auf und besiege sie, bevor du dein Häuptling selbst aufnimmst, damit du es leichter hast, ihn zu besiegen. Okay, wir sollen ihm helfen, den zu töten. Das machen wir. Wir haben es wohl auf denselben Ork abgesehen. An einen Häuptling gelangt man über seine Leibwächter. Du klingst so, als hättest du Erfahrung damit. Mehr als genug. Ich werde dir folgen. Na, wir werden mal gucken, ob du Schritt halten kannst. Oh. Wenn du noch unentdeckt bist, kannst du einen Verbündeten Leibwächter befehlen, und den Ziel in der Nähe zu töten. Ganz in der Nähe wurde er erzeugt. Ganz in der Nähe wurde er erzeugt. Gondor lässt grüßen. Okay. Dann mach doch mal weiter. Jemand hat den Mäuschler getötet. Jemand hat dich getötet, Diggi. So, du holst dir den da. Ich hol mir den. Boah, fast Synchron. Boah, ein Dreamteam, Leute. Ich habe gehört, diese Spinnen werden immer dreister. Umschwärmen Orks, als seien sie besessen. Ich rieche etwas. Haha, wie er ihn nicht gesehen hat. Für Gondor. Okay, war auch ganz gut gemacht. Und hier haben wir einen Hinweis. So. Ey, das wäre Fail, wenn ich den da hochjage. So. Der Angriff auf die Mittelstadt war erfolgreich. Ah. Da oben ist auch noch einer sein. Aber der dürfte uns ja nicht in die Quere kommen. Wenn wir irgendwelchen Spinnen begegnen, dann bleiben wir zusammen. Ach, und wie wir zusammenbleiben. Da habe ich aus Versehen einen Pfeil schon eher abgeschossen, als er überhaupt sollte. Was ist da los? Aber es hat funktioniert. Wir haben gleich noch schneller einen hinterher geschossen. Wie viele Arme und Beine, die ich abgehackt habe. Aber wie zählt man es? Wenn ich einen Arm unterhalb der Elle abschlage, ist es doch ein Arm oder nur eine Halle? Das ist eine berechtigte Frage, Leute. Ob das da noch ein Arm ist oder nicht? Du Idiot! Zählt das da noch als Arm, wenn es unterhalb der Elle ist? Was? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Und bis jetzt kommen wir hier echt gut durch. Die fünf Schleichttötungen haben wir. Was? Und der hat das natürlich nicht gesehen. Ich habe den aus Versehen angeschossen, meinen eigenen. Wir haben noch fünf Pfeile. Ich dachte ich hole mir die Pfeile da oben, aber ach. Dass ich da oben bin, Leute. Ah, scheiße. Schön runtergeschossen. Autsch, ich will dich haben. Du hörst mir. So, dann haben wir das Vieh. Was bringt mir bitte das Früllen? Es tut mir fast leid um den Häuptling, den wir jagen. Ohne seine Leibwächter wird er einsam sein. Er wird ihnen schon sehr bald folgen. Oh yeah. So, Auftrag abgeschlossen. Es gab fette, fette EP. Und, äh, ein Dingsbumsbumsdings. So, die Ork-Anführer. Die Häuptlinge von Blablabla führen die Ork-Streitkräfte gegen Minas Ithil an. Ohne ihren Anführer würde die Armee des dunklen Herrschafts in große Unordnung gestürzt werden. Locke die Häuptlinge des Gegners hervor und besiege sie. Das hört sich echt geil an. Man muss auch taktisch vorgehen. Finde ich super. Zumindest halt mal gucken. Wenigstens so ein bisschen Taktik. Zack. Der Häuptling, den Baranor sucht, ist nur einer von vielen. Sie werden ihre Angriffe auf Minas Ithil fortführen. Dann steht unser Weg fest. Wir müssen sie alle töten. Natürlich müssen wir sie alle töten. Und wir haben eine neue Rüstung. Nicer Scheißer. So, und hier haben wir was Besseres. Nö. Nö, 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 nö. Und wir brauchen die Hilfe Gondors, um es zu tun. Und wir brauchen die Ratte vor allem. Die ist ganz wichtig. Die spielt eine wichtige Hauptrolle. Denn jetzt sind wir wieder volle Energie. So, wir haben wieder einen Fähigkeitspunkt. Und gucken jetzt mal. Wir können nämlich verbessern. Jedes, was? Erhalte jedes Mal Macht, wenn du einen Kampfschaden erleidest. Erhalte Macht für die Tötung, während du unentdeckt bleibst. Erfolgige Schwerangriffe bringen deutlich mehr Macht ein. Brauche ich das? Gut abgestimmte Kontergewehren, ein Elbengeschoss. Ah, okay, ich kriege einen Pfeil dazu. Für jeden Konter kriege ich Macht. Deine Chance auf kritische Treffer steigt, wenn du Gesundheit abnimmst. Ja. Bei Bodenhinrichtung kannst du durch sie wiederholtes antippen. Klingenhage auf den Feind loslassen. Ist alles nicht so geil bis jetzt. Zeig mal Räuber. Was haben wir da? Geisterhafter Sprint. Ah, okay. Ich mache keine Geräusche beim Sprinten. Schläge mehr Feinde in die Flucht. Verleiht dir Macht. Die man mit ihrer Kack macht. Okay, warte mal. Was haben wir hier? Ach, ist doch scheiße. Stellt Elbengeschoss her. Stellt Elbengeschoss her. Stellt Gesundheit wieder her. Eigentlich alles Kacke, Leute. Das hier haben wir übrigens noch nie gemacht. Ich heb den auf, den Punkt. Nützt nix. So. Jetzt lasst uns aber mal gucken, wo wir sind. Wir haben hier wieder eine Online-Blutrache. Das machen wir aber nicht. Könnt ihr nicht jedem helfen? Nicht jeden rächen. Ähm. Ja, dann lasst uns die nächste Mission machen. Pfeilhagel. Machen wir. Kankras Visionen werden uns den Weg weisen. Wir müssen vorsichtig vorgehen, Talion. Ja, müssen wir. Wartet mal. Da können wir nämlich schnell reisen. Eine Schnellreise. Eine Schnellreise sozusagen. Muhaha. So. Und dann sind wir schon 600 Fuß dran. Mh. Bäh. Hab ich da gerade etwas zu tun? Es ist der Tag. Ne, liegt noch was. Das mit den Juwelen hab ich auch noch nicht ganz verstanden. So. Los jetzt schnell zur Mission. Oh, damit wir die noch schaffen in der Folge. Dann können wir in die Höhle. Und da sind wir. So. Pfeilhagel. Kehre zu Krankhaar zurück, um mehr über die Gefahr für Minas Ethyl zu erfahren. 3.300 dp. Du gibst zu viel auf diese Spinne. Sie zeigt dir nur, was sie will. Und was ist es, was du sehen willst? Minas Ethyl, unversehrt. Oh, so selbstlos ist das alles. Letztes Mal sahen wir beunruhigende Dinge nicht wahr. Zeig mir mein Schicksal mit den Nars Ghoul. Ein gefährlicher Wunsch, Waldläufer. Auf Vorsehung folgen Qualen. Wir erobern die Stadt im Morgengrauen. Beuge dich deinem Schicksal. Ich weiß, was du fürchtest, Talion. Kankras Vision ist nicht unverhinderlich. Der Hexenkönig. Es ist die Macht der Unterwerfung. Der Ring versklavt den Geist der Menschen. Was können wir tun? Es müssen Opfer gebracht werden. Und viele werden sterben. Aber... Wir müssen unser Ziel erreichen. Koste es, was es wolle. Wir können Leben retten, wenn der Häuptling aus meiner Vision derselbe ist, den auch Barra nur und seine Männer jagen. Brauchen Sie Hilfe? Ein Häuptling macht keinen Unterschied. Im Moment ist dieser eine Häuptling die größte Bedrohung für Mina Sittil. Ich werde nicht zusehen, wie Barra nur und seine Männer ihr Leben für seinen Tod riskieren. Der hat jetzt zweimal das gleiche gesehen. So, wir sind Stufe 12. Und jetzt lasst mich mal ganz kurz gucken. Ja, ähm... Da wurde gerade geschrieben, dass man das auf Waffen ansetzen kann. Aber habe ich ja schon. Oder kann man das einfach nochmal machen? Kann man die nicht irgendwie... Guck mal, wir haben da sechs Stück davon. Ach, Juwel schmieden, ne? Ah! Ah, okay. Und für 1000 können wir hier auch endlich mal freistellen. Ähm... Freischalten. Eigentlich können wir alle freistellen. Wofür brauchen wir die Punkte sonst? So, und jetzt können wir da auch was einfügen in Juwel. Wohlstand. 10% mehr Schaden von Gefolgsleuten. Um 10% erhöht es Schaden mit Waffe. So, und das hier war... Chancen auf... Ja, guck mal. Das hier können wir noch da einsetzen. Das heißt, wir schmieden. Ah! Jetzt raffe ich das langsam mal. Endlich mal geschmiedet hier. Hehe. So, und hier bräuchten wir eigentlich auch... Na komm, dann machen wir den Einer. Das heißt, wir brauchen hier noch einen von. Und dann können wir den hier machen. 6%. Ah! Ah, ich verstehe. Okay, okay, okay. Wird das auch geklärt? So. Da ist er. Baranor. Ich will helfen. Dieser Häuptling, den ihr sucht, ist nicht ungefährlich. Ist nicht unser erster Häuptling, Waldläufer. Dein Schwert können wir gebrauchen. Dann erledigen wir ihn zusammen. Ich übernehme die Bogenschützen. Danach können deine Männer vorrücken. Okay. Besiege jetzt den Bogenschützen ohne den Alarm auszulösen. Das ging ja wohin. Elemiere Bogenschützen durch Schleichttötung. So, das heißt, wir brauchen aber erstmal 10 Pfeile. Den oben holen wir gleich. Ich wünsche ich, wer bei den Belagerungswesten nicht mehr hält. Aber wenn man ein paar zu viel schief geht, kann eine Hand verlieren, zerquetscht werden. Oh, oh, oh. Bein er sagt. Aber ich will die Felsen fliegen. Den da oben kriegen wir halt schlecht. Das muss herrlich sein. Oh, Trottel. Du bist viel zu weit weg, um die Treffer zu sehen. Und die sind das Gute daran. Ja, wenn er sich wieder umtritt und wegläuft. Vorausgesetzt, er sieht uns jetzt nicht schon. Ach komm, den machen wir so. Eigentlich arbeiten wir allein. Ich hoffe, diese Schützen aus Gondor können zielen. Sonst müssen wir den eigenen Pfeilen ausweichen. Sie sind erfahrene Soldaten. Sie wissen, was sie tun. So. So. So, einer muss noch per Schleicheingriff. Man soll Wasser auf den Wettstein geben, wenn man einen Kling setzt. Das nächste danach. Wenn es nicht das nächste danach ist, falle ich einfach um. So. Ein Elb ist so viel wert wie drei Schützen aus Gondor. Was? Nur drei? Wo haben wir uns denn da noch? Den da oben erreichen wir nicht. Und er schätze nie den Mann, der sein Zuhause beschützt. Das ist nicht ihr Zuhause. Das ist nicht. Und Kämpfer greifen mit geballter Kraft den Schwenksten. So. Jetzt bleibt noch einer. Der ist da oben. Das sind die letzten Schützen. Begeben wir uns zu einem Aussichtspunkt. Okay. Das lief, äh, ziemlich gut, muss ich sagen, grad, oder? Also ziemlich, äh, ohne gesehen zu werden. Geben wir Baranors Trupp das Zeichen. Ah, der süße Geruf von Menschenangst. Nichts ist süßer. Gemeinsam stürzen wir ihre Abwehr und malen sie zu Staub. Gemeinsam, Hauptmänner und Häuptlinge vereinigt, erlangen wir den Sieg. Gemeinsam, gemeinsam nehmen wir die Stadt am Morgen ein. Setz sie in Flammen! Für Gondor! Es ist Zeit für den Angriff. So, Viecher freilassen. Verbrannt. Das war's schon. Tch. Scheiße, ich hab keine Pfeile. Brauch Pfeile, wirklich Pfeile, ja. Ist hier, hier gibt's nicht mal Pfeile. Jo, ihr da unten habt hier Pfeile für mich. So, sehr schön. Ich werde nicht sterben. Nicht? Der trotzt dem Tod. Ein Trotzer, Rotzer. Okay, pass auf. Erbrecher, Junge. Wenn ich deine Kampfskills sehe, dann bekommt mir das Erbrechen. Kann man die Viecher denn nur freilassen? Oh. Äh, das ist doch umgefallen eigentlich. Hm. Die brennen da hinten immer noch. Wir machen ein bisschen Action hier mit unserem Vieh. So, der Meuchler ist auch weg. Sagura. So, Chakra ist auch weg. Ich denke, wir sind quitt. Eine gute Jagd. Außer für den Häuptling. Und seine Schützen. Wir sollten das wiederholen. Es wäre mir eine Freude. Nun, Talion. Konnten wir etwas bewirken? Wir wissen noch nicht genug. Wir müssen erneut zu Chakra. Es gibt nur einen Grund, zurückzugehen. Für meinen Ring. Genug. Es geht um mehr als deinen Ring. Oder dich. Ihre Vision könnte unser aller Rettung sein. Das riecht nach Beef, ey. Innerer Konflikt und so. Okay. Haben wir den Hauptmann getötet. Es gibt wieder fette EP-Punkte. So. Vorsicht, Talion. Du lässt dich zu leicht von ihr beeinflussen. Ich kann mich ihrer Vision nicht verschließen. So. Dann sammeln wir mal das Zeug ein. Och Digi. Halt still jetzt. Eine Waffe. Noch eine Waffe. Und noch eine Waffe. Warum haben wir die eigentlich? Warum kriegen wir die ganzen Waffen echt zehnmal? Muss man doch irgendwas noch mitmachen können. Zack. Tatsächlich können wir zerstören. Sehe ich gerade. Full money. Ja komm, hier zerstören wir alles. Benutzen wir eh nicht. Wir benutzen immer nur eine. Den können wir nicht zerstören. So. Können sogar verbessern, sehe ich gerade. Okay. Okay. Hier haben wir sogar noch eine Quest, sehe ich gerade. Wenn wir das machen würden. So. Müssen wir das echt mal alles verkaufen? Hier. Guck mal, der ist sogar besser. Der 12er. Das heißt, wir können den auch verticken. Wir kriegen 15% mehr EP. Warum kriegen wir 15% mehr EP? Den können wir wieder nicht verkaufen. Ist ja gut, dass ich da nochmal alles gesehen habe. Alle verticken. Das gibt gut, gut Loot. Dann haben wir Gutala Meine Stufe 1 und so brauchen wir eh nicht mehr Aber wir finden eigentlich voll viele Waffen Dann können wir das hier noch bei der Rüstung machen Schon über 6000 Alles weg Das mach ich ja bei jedem Spiel so Müsst ihr mal drauf achten und dann wenn man irgendwas aus dem Inventar raushauen kann Nur das was ich anhabe, der Rest kommt weg Zum Glück kann man hier nicht überladen sein So und dann haben wir hier noch die Kutten Voll egal ob die selten sind oder nicht So Haben wir das auch geklärt Hier können wir eigentlich auch schmieden Bam und dann haben wir schon so ein So ein krasses Zack Um 20% erhöht sich an mit dieser Waffe Aber ich will halt auch Leben wieder herstellen Wir machen mal das hier Da kommt der hier hin Ey wartet mal können wir den nicht auch schmieden Ey ich war noch nicht fertig Kollege Können wir hier nicht auch schmieden Halt Inventar brauchen wir Hatte ich da nicht grad drei? Schade Na erstmal kaufen wir alles Zack Wenn man noch irgendwas was da reinhauen können Ja hier Zack Bam So dann gucken wir mal kurz auf die Karte Was sich hier getan hat Hier haben wir wieder eine Verfolgung Will ich jetzt eigentlich grad nicht machen Falle Genau lass uns mal ganz kurz gucken Bei der Armee Wie das aussieht Ich will ja diesen Hauptmann eigentlich auch töten Achso der ist schon tot Und über den brauchen wir Infos Das sind die Hauptmänner Was ist eigentlich wenn man den Letzten tötet? Was passiert da an? Schließe mehr Aufträge ab um Oberherrin zu konfrontieren Geil Hätte ich eigentlich auch mal Bock Uns da hochzuarbeiten Guck mal der gehört mit dem zusammen Und so weiter Das heißt wir bräuchten mal eine Info Und äh Schalten dann mal den obersten Lord da frei Aber Leute Das machen wir in der nächsten Folge Ich kann hier gar nicht hoch Das sehen wir in der nächsten Hey Die sind einfach gespawnt da Das sehen wir in der nächsten Folge Leute Ich renne mal Und mach dass ich hier wegkomme Obwohl noch haben die mich nicht gesehen Doch ich habe mich gesehen So Leute Und äh Lasst mir bitte einen Daumen da Und wir sehen uns dann zur nächsten Folge Und dann werden wir mal gucken Ob wir den obersten Hauptmann da In Angriff nehmen Da hätte ich irgendwie Bock drauf Einfach das mal zu testen So Also wie gesagt Lasst einen Daumen da Und wir sehen uns dann Zur nächsten Folge Bis dahin macht's gut Tschüss Lauft zu eurem Meister Und richtet ihm dies aus Ich Komm ihn holen